So, wie das läuft, hoffe ich. Ja, kann man auch keine Pause machen. Jetzt haben wir 14.36 Uhr. Und bam, bis zu nerven. Und bam. Hier ist es zur Sicht. Kann man sehen, der ist frisch. Und bam. Höhe. Ah. Bleiben wir einfach mal da drauf in der Sicht. Und bam. To, 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 to. Und bam, 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 bam. So. Und bam. Immer wieder. Ist immer noch auf Play, gut. Hey, da ist jetzt bei... Na, da müssen wir fast hinschauen, bei PH. Ich sehe mit dem Auge ein wenig Dunkelheit. Und bam, das heißt jetzt nicht überall so orange. Und wieso ist das so was? Tja, das wird der IT-Pirate erkennen. Und bam. Und bam. Und bam. Bam. Ah ja. Tum, bam. Tod. Also, ich war jetzt relativ oft beim Winkeln. Tum, bam ist tot. In der letzten Stunde. Aber ja, ist interessant, wie sich da die Sicht jetzt da bei dem PH, wie weit verändert. Habts jetzt, ich möchte die Ursache wissen, ich frage bei Mediengestalter nach in dem Forum. So, jetzt Aufnahme beendet, oder? Ich mache noch Fotos, Aufnahme ist beendet.